Ja, Herr Kluge, Ihr Film ist frei kopierbar und kann kostenlos über das Internet bezogen werden. Ja, das stimmt. Auf unserer Website kann man auch den Soundtrack und das Buch zum Film kostenlos runterladen. Ja, Sie verschenken also Ihre Produkte. Ist das Werk derart schlecht, dass Sie dafür kein Geld verlangen können? Also, ist kein Blockbuster so. Also gut, wenn Ihr irgendwas Besseres mit Ihrer Zeit zu tun habt, dann macht das. Sie verursachen unnötig Traffic im Internet, stillen dem Konsumenten Zeit, vernichten dadurch Bruttosozialprodukt. Gibt es eine Gegenleistung, die Sie dafür zu bringen gedenken? Also gut, wir wollen versprechen, dass wir versuchen, den nächsten Film besser zu machen. Und wer will, der kann uns gerne unterstützen auf unserer Website. Danke, Sie können gehen. Danke. Danke.